Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum heutigen Coop-Mittwochstudio. Ja, heute ist es also eigentlich eher ein bisschen ein Wohnstudio. Wir zeigen Ihnen heute, wie Sie mit neuen Vorhang-Ideen abwechselnd Ihre Wohnatmosphäre bringen. Sie finden in Ihrem Coop-Warenhaus eine grosse Auswahl von Vorhangsstoffen, und zwar über 450 Artikel. Und exklusiv in allen Coop-Warenhäusern gibt es jetzt die originellen und dekorativen Stoffangebote, und zwar zu Preisen, die für diese Qualität absolut einmalig sind. Karin, der durchlässige Pflegelechte Düll mit Bleiband. Dieser Dekorationsstoff Toledo hat eine neuartig interessante Webstruktur. Smirna ist ein pflegeleichter Noppenstoff aus 100% Polyacryl. Und ebenfalls in verschiedenen Farben gibt es diesen Dekorationsstoff Luna aus 100% Dolan. Und wenn es um Vorhang geht, dann werden Sie natürlich von Spezialisten Ihrem Coop-Warenhaus gut und gern beraten. Sie nehmen nämlich die Masse und montieren Ihnen auch die Vorhänge zu Hause fachgerecht. Also eine ächte Coop-Dienstleistung. Und jetzt kommen wir wie jeden Mittwoch zu weiteren Coop-Aktualitäten dieser Woche. Etwas ganz Praktisches ist der solide Einkaufswagen mit dem stabilen Gestell, welches Sie bis zu 40 kg transportieren können. Das Spitzenprodukt der Qualitätsmarke Lifehide gibt es jetzt in allen Coop-Center und Coop-Warenhäusern zu einem einmalig günstigen Tiefpreis. Coop ist jetzt auch Ihr Spezialist für Foto- und Stereogeräte. Im Inserat in der Coop-Zeitung dieser Woche steht genau, wo Sie die Spitzenangebote zu Coop-Tiefpreis bekommen. Und zwar mit einem Jahr Coop-Garantie. Eine grosse Neuheit ist die Minolta Kompaktkamera. Diktiergerät und Kassettenrekorder in einem von Sony. Und der Allorgan Stereo Radiorekorder. Coop sorgt immer wieder für neue, moderne Einkaufsmöglichkeiten und morgen sind gleich drei Eröffnungen. In Wiedicke geht morgen am 9 Uhr der neue Coop-Supercenter auf, mit einer Auswahl von über 11'000 Artikeln. Und in Basel wird ebenfalls morgen morgen am 8 Uhr der Coop-Steine eröffnet. Ein Center voll von frischen Spezialitäten. Das Warenhaus Coop-City Fribour eröffnet morgen am 8 Uhr die neue Lebensmittelabteilung. Ein Paradies für jeden Gourmet. Und Gourmet möchte ich jetzt einladen zum Coop-Rezept dieser Woche. Guten Abend. Heute fischen wir uns Goldstarr-Flunderenfilet aus dem Tiefkühler. Und die haben sie drei bis vier Stunden aufgetaue. Dann bereiten wir eine nordische Fischspezialität zu. Ich zeige Ihnen, wie es geht. Gerollte Flunderenfilet mit Kappern. Die gut trockneten Flunderenfilet mit Zitrone beträufeln. Mit Salz und Pfeffer würzen. Dann rollen wir die Filet zusammen. Den Sie mit einem Zahnstocher fixieren. Und jetzt ist das Filet bereit für in Gratinform. Die werden wir mit vielen Ankenflöcken belegen. Und zusammen mit einer fein gehackten Zwiebeln bestreuen wir die Filet mit Kappern. Nach 30 Minuten im Backofen sind sie fertig zum Servieren. Gerollte Flunderenfilet mit Kappern. Eine nordische Spezialität. Das Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung dieser Woche. Einen guten. Einen guten bei diesem feinen Fischrezept. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 500 Gramm Pflanzenmargarine Bonjour mit 10% Butter für nur 62. 250 Gramm kalorienarme Brotaufstrich Bonjour Fit für nur 95. 400 Gramm Goldstar Dorschfilet ohne Gräte für nur 23. 2 Dosen an 880 Gramm Midi Ravioli alla Napoletana für nur 34. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag? 2 mal 1 Liter Coop Sonnenblumenöl statt 97 nur 96. Ein Bund an 10 Stück mehr blütige Spraynägeri für nur 93. Jaffenorange Schamutti in der Tragtasche das Kilo nur 41. Auf Wiedersehen. 2 bis 0 insta!! Das folgt 1 1 2 2 3 1 2 2 1